Die wahrscheinlich wichtigste Bahnstrecke im internationalen Reise- und Güterverkehr, die durch die Bundesrepublik führt, ist die sogenannte Rheintalbahn. Sie stellt aber eben zunehmend auch ein Nadelöhr dar, denn mit der Zunahme der Verkehre ist der Ausbau der Infrastruktur auch unzureichend geworden. Im Jahre 2016 wurde der Gotthard-Basistunnel in der Schweiz eröffnet, im Jahr 2020 der Ceneri-Basistunnel. Im Rahmen dieser Projekte wurde auch ein Ausbau der Infrastruktur entlang der Route Rotterdam bis Genua mit den Anrainerstaaten vereinbart. Im Rahmen dessen sollte eben auch die Rheintalbahn ausgebaut werden. Welche Projekte, aber vor allem auch Probleme im Rahmen dieses Projektes aufgetreten sind, werde ich euch in diesem Video einmal näher bringen. Die vollständig als Rheintalbahn bezeichnete Strecke ist 271 Kilometer lang und führt von Mannheim Hauptbahnhof aus über Heidelberg und Bruchsal nach Karlsruhe und von dort aus weiter über Offenburg und Freiburg bis nach Basel. Da es nördlich von Karlsruhe diverse Möglichkeiten gibt, um weiter zu fahren, konzentriert sich das Projekt der Ausbaustrecke nur auf den Abschnitt Karlsruhe bis Basel. Um besser verstehen zu können, wie die Rheintalbahn ausgelastet ist und wo sich somit die Nadelöhre ergeben, wollen wir zu Beginn des Videos einmal auf die planmäßig verkehrenden Personenzugeleistungen schauen. Im Raum Karlsruhe stellt die AVG mit ihren Stadtbahnleistungen vor allen Dingen bis Raststadt eine Belastung dar. Hier gibt es zwischen Raststadt und Karlsruhe allerdings noch die zusätzliche Entlastung durch die Rheintalbahn, welche über Dormersheim und Oetigheim führt. Die Rheintalbahn hingegen führt über Ettlingen-West-, Malch- und Muggenstrom nach Raststadt. Auf ihr sind die S-Bahnlinien 71 und 81 unterwegs. Die S-71 ist dabei stündlich unterwegs und endet in Raststadt, genauso wie die S-81, welche allerdings bis Vorbach verkehrt. In Raststadt treffen sich dann diese Linien noch mit den Linien S-7 und S-8. Die S-7 führt dabei weiter bis Achan. Mindestens einmal stündlich verkehrt ein Regionalexpress von Karlsruhe aus nach Offenburg über die Rheintalbahn, der dann weiter bis nach Konstanz fährt. Aller zwei Stunden im Berufsverkehr stündlich verkehrt der Regionalexpress von Karlsruhe über Offenburg und Freiburg nach Basel-Badischer Bahnhof, teilweise weiter bis Basel-SBB. Ab Offenburg verkehrt dieser dann durchgehend stündlich. Ab Offenburg verkehrt zusätzlich die stündliche Regionalbahn von Offenburg nach Freiburg im Breisgau-Hauptbahnhof. Von Freiburg bis nach Basel gibt es ebenfalls eine Regionalbahnlinie. Diese verkehrt ebenfalls stündlich. Beide sind allerdings nicht aufeinander durchgebunden und besitzen auch keine direkten Umsteigezeiten. Auf kurzen Abschnitten sind zudem noch weitere Linien unterwegs, so zum Beispiel die SWEG-Leistungen, welche stündlich von Offenburg über Appenweyer und Kehl nach Straßburg führen. Zwischen Freiburg und Denzlingen befährt zudem auch die Breisgau-S-Bahn-Linie 2 nach Waldkirch und Elzach, die Rheintalbahn. Da sie halbstündlich verkehrt, bringt sie zwar nur auf einem kurzen Abschnitt, allerdings trotzdem mit außerplanmäßig verkehrenden Zügen Rassenkonflikte mit sich. Im Süden befahren zudem noch Linien zwischen Basel-Badischer Bahnhof und Weil am Rhein weitere Linien die Strecke. Des Weiteren sind auf der gesamten Strecke noch Fernverkehrslinien bzw. Züge unterwegs. Dabei sind die einzelnen Relationen maximal im Zwei-Stunden-Takt anzutreffen. Mindestens einmal stündlich verkehrt eine Leistung mit einem ICE 4 über die Strecke. Meist von Basel aus, teilweise aber auch je nach Relation von Interlaken und Zürich aus, fahren sich zum Stundentakt ergänzend zwei ICE-Zuglinien bis nach Kassel-Wilhelmshöhe und fahren dort aus einmal Richtung Berlin-Ostbahnhof aller zwei Stunden und aller zwei Stunden ebenfalls nach Hamburg-Altona und teilweise weiter nach Kiel. Meist mit ICE 3 bestückt sind die zweistündlichen Zugleistungen über die Schnellfahrstrecke von Frankfurt nach Köln. Diese starten dabei meist in Basel und finden ihren Endpunkt entweder in Köln oder in Dortmund. Darüber hinaus, ebenfalls mit ICE 3 unterwegs, sind einzelne Zugleistungen, welche nach Amsterdam über Duisburg unterwegs sind. Dabei wird dann die entstehende Taktlücke des anderen Intercity-Express mit ICE 3 mit aufgefüllt. Zusätzlich aufgefüllt wird diese Leistung von einzelnen EuroCity-Leistungen, welche von Zürich aus nach Hamburg-Altona unterwegs sind. Diese sind mit Schweizer Intercity-Wagen und davor einer Baureihe 101 unterwegs. Darüber hinaus fahren noch weitere einzelne Zugpaare, so zum Beispiel der EuroCity-Express von Frankfurt nach Mailand und der Nightjet von Zürich nach Hamburg sowie der TGW von Freiburg nach Paris über Offenburg. In das Fahrplankonstrukt aus den bereits vorgestellten Leistungen müssen sich dann die zahlreichen Güterzüge, die die Strecke zusätzlich befüllen, mit Eingliedern. Und dies sind teilweise so viele, dass an manchen Tagen die Züge nahezu im Blockabstand über die Strecke rollen. Bei verspäteten fernen oder schnelleren Regionalzügen kann es dann dazu kommen, dass die Güterzüge überholt werden müssen, womit sich dann schnell ein Stau bildet. Damit eben genau dies nicht mehr so häufig passiert, werden Projekte im Rahmen der Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel in Angriff genommen. Der aktuelle Stand der Infrastruktur stellt sich wie folgt dar. Wie bereits erwähnt, ist zwischen Karlsruhe und Raststadt sowohl die Möglichkeit über die Rheintalbahn über Ettlingen-West zu fahren, als auch über die Rheinbahn über Dormersheim und Oetigheim. Beide Strecken sind mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 kmh befahrbar. Im Bahnhofsbereich von Raststadt beträgt die Höchstgeschwindigkeit dann 110 kmh, klettert danach wieder auf 160 kmh bis auf den Bereich um den Raststadter Tunnel herum hoch. Auf der Höhe von Sandweyer wird die Strecke dann viergleisig. Hier gibt es zumindest optisch zwei voneinander getrennte Trassen und auch von der Geschwindigkeit her. Die Fernbahntrasse ist mit einer Geschwindigkeit von 250 kmh befahrbar. Hier befinden sich auch keine Bahnsteigsanlagen bis auf den Bahnhof von Baden-Baden. Alle Haltepunkte entlang der Strecke liegen hier in diesem Bereich entlang der mit 160 kmh befahrbaren Regionalzugtrasse. Der mit 250 kmh befahrbare Streckenabschnitt endet dann auf Höhe der Einfahrgleise des Güterbahnhofes von Offenburg. Dahinter sind dann nur noch 160 kmh möglich. Auf Höhe der Ausfahrt des Bahnhofes von Raststadt bis zur Überquerung der Kinzig. Hier zweigt dann auch die Schwarzwaldbahn Richtung Hausach und Donau-Eschingen ab. Bis nach Gundelfingen kurz vor Freiburg ist die Strecke dann durchgehend zweigleisig mit 160 kmh befahrbar und besitzt einige Ausweichgleise. In Gundelfingen zweigt dann die Freiburger Güterumgehungsbahn ab, welche den Zweck hat den Freiburger Hauptbahnhof von Güterverkehr zu entlasten. Sie ist mit 100 kmh befahrbar, die Rheintalbahn weiter mit 160 kmh bis zum Freiburger Hauptbahnhof, dahinter dann mit 150 kmh. Auf der Höhe von Schallstadt sind dann für kurze Zeit nur 110 kmh möglich. Danach steigt die Streckengeschwindigkeit wieder auf 160 kmh. In Schlingen zweigt dann die Strecke in den Katzenbergtunnel ab. Diese ist mit 250 kmh befahrbar. Die Regionalzugstrecke, welche hier die gelegenen Ortschaften anbindet, ist teilweise nur mit 70 kmh aufgrund von engen Kurven abschnittsweise befahrbar. Auf der Höhe von Eimeldingen führen dann beide Strecken wieder zusammen und überweil am Rhein geht es dann bis nach Basel. Wie euch anhand der Hochgeschwindigkeiten der Strecken aufgefallen sein sollte, wurden an zwei Stellen bereits Ausbaumaßnahmen realisiert. Bereits im Jahr 1980 wurde der Ausbau der Strecke in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Dabei allerdings noch in ganz anderer Form als heute. 1985 wurde dann auch der viergleisige Ausbau zwischen Raststadt und Offenburg aufgenommen. Im Jahre 1987 nach genehmigten Planfeststellungsbeschluss startete dann der Bau der viergleisigen Strecke. Im Jahre 1993 konnte dann bereits das Streckenstück zwischen Bühl und Achern in Betrieb genommen. Der Rest der Strecke, also zwischen Bühl und Offenburg, wurde dann bis ins Jahr 2001 fertiggestellt. Der besagte Vertrag für den Ausbau der gesamten Strecke als Zubringerstrecke zum Gotthard-Basistunnel wurde im Jahr 1996 am 6. September als Vertrag von Lugano geschlossen. Auch der Katzenberg-Tunnel, welcher im Jahre 2012 in Betrieb ging, wurde noch nicht im Rahmen dieses Vertrages geplant. Auch er war bereits Teil von früheren Planungen zum Ausbau der Rheintalstrecke. Bereits 1994 wurden dafür die ersten Ideen entwickelt. Beim Raumordnungsverfahren im Jahr 1987 wurde festgestellt, dass die Katzenberg-Variante einige Vorteile gegenüber den anderen Varianten bringen würde. Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens konnte dann im August des Jahres 2003 die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen starten. Der offizielle Baustart begann dann am 1. September des Jahres 2003. Insgesamt ist der Tunnel 9,385 Kilometer lang. Dabei verläuft er in zwei voneinander getrennten Röhren. Gesamtkosten von 610 Millionen Euro sind beim Bau dieses Tunnels entstanden. Eine der zentralen Baumaßnahmen, die derzeit entlang der Rheintalbahn realisiert werden, ist der Tunnel Raststadt. Im Jahre 2017 ereignete sich hier ein Unglück. Hier sagte die Eisenbahnstrecke auf Höhe der Tunnelbaustelle ein wenig ab. So musste die Bahnstrecke für mehrere Monate gesperrt werden und die Baustelle verzögert sich nun um viele Jahre, da die Tunnelbohrmaschine hier einbetoniert worden ist. Das Unglück ereignete sich genau am 12. August des Jahres 2017. Neben der Stilllegung des Zugverkehrs musste auch der Tunnelbau eingestellt werden. Aufgrund dieses Unglücks verzögert sich nun der Bau erheblich. Ursprünglich war die Fertigstellung für 2022 geplant. Nach der bereits wieder aufgenommenen Bautätigkeit am Raststattertunnel geht man nun von einer Verzögerung bis Ende 2026 aus. Dies ist insofern problematisch, da der Raststattertunnel eine wichtige Entlastung für den Engpass in Raststatt hinter dem Bahnhof bringen sollte. Bis zum Beginn der Viergleisigkeit der Ausbaustrecke ist es hier nämlich nochmal kurzzeitig zweigleisig und es ist nur eine Höchstgeschwindigkeit von 110 bzw. auf Höhe der Tunnelbaustelle von 80 kmh zugelassen. Der Tunnel hätte nämlich auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Raststatt-Süd an die Viergleisigkeit der Ausbaustrecke angeknüpft. Dort würde es dann noch ein Stückchen oberirdisch entlang gehen, bevor dann auf Höhe von Raststatt-Niederbühl, dort wo auch sich das Tunnelunglück ereignete, der Tunnel beginnen würde. Er würde dann unter dem Bahnhofsbereich von Raststatt entlang geführt werden und die Rheintalbahn unterqueren, bevor er hinter dem geschlossenen Stadtgebiet von Raststatt wieder auftauchen würde. Dabei soll der Tunnel an sich eine Länge von 4,3 km aufweisen. Hinter dem Tunnel würde es dann auf einer Neubaustrecke weitergehen und dann auf der Höhe von Dormersheim würde sich die Strecke in die Rheinbahn wieder eingliedern. Der Tunnel würde nicht nur eine höhere Geschwindigkeit für Fernverkehrszüge mit sich bringen, sondern auch Trassenkonflikte im Bahnhofsbereich von Raststatt und das Nadelöhr der Zweigleisigkeit hinter Raststatt entschärfen. Aber der Raststatter Tunnel soll nicht das einzige Tunnelbauprojekt entlang der Ausbaustrecke bleiben, sondern auch in Offenburg soll einer gebaut werden. Er soll allerdings vorwiegend für den Güterverkehr gebaut werden und somit auch nur für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 kmh ausgelegt sein. Er soll dabei auf Höhe des Stadtteils Windschlag, also auf Höhe der Ausvergleise des Güterbahnhofs von Offenburg beginnen. Auch hier wird die Strecke wieder in zwei separaten Tunnelröhren verlaufen. Insgesamt wird der Tunnel 11 km lang. Nach einem kurzen Stück unter dem Offenburger Güterbahnhof wird der Tunnel dann westlich des Bahnhofes von Offenburg entlang geführt und erquert dann die Kinzig und wird unter dem Borgerwald in Richtung A5 geführt, um dann parallel zu dieser wieder aus der Tiefe aufzutauchen. Er soll dort dann an die zu bauende Neubaustrecke anknüpfen. In diesem Jahr soll mit dem Plan Feststellungsbeschluss begonnen werden. Im Jahre 2025 soll dann nach der Ausschreibung und Vergabe mit dem Bau des Tunnels gestartet werden. Die Fertigstellung ist dabei aktuell für das Jahr 2035 anvisiert. Die an den Offenburger Tunnel anschließende Neubaustrecke soll nahezu vollständig parallel zur Autobahn 5 verlaufen. Dies hat hierbei den Vorteil, dass sich die Zerschneidung der Flächen in Grenzen hält. Hier ist man aktuell mit den Vorplanungen beschäftigt und das Planfeststellungsverfahren soll im Jahr 2022 eingeleitet werden. Wie der Tunnel soll auch diese Strecke vorwiegend vom Güterverkehr genutzt werden. Die aktuell nur mit der 160 kmh befahrende Rheintalbahn soll auf 250 kmh ausgebaut werden, soweit dies möglich ist. Auf der Höhe von Kenzingen soll ein Verbindungsstück zwischen den beiden Strecken, also zwischen der Rheintalbahn und der Neubaustrecke entstehen. Hier läuft das Planfeststellungsverfahren auch aufgrund dessen, dass der anschließende Abschnitt schon deutlich weiter in der Planung ist. Auch im anschließenden Abschnitt zwischen Riegel und March läuft bereits der Planfeststellungsbeschluss. Weiterhin soll die Strecke hier parallel zur A5 verlaufen. Im anschließenden Abschnitt Freiburg-Schallstadt soll dann auf Höhe von Mengen nochmals ein Tunnel entstehen. Hier soll dann die Strecke auch den Verlauf parallel zur A5 verlassen und sich der Rheintalbahn wieder annähern. Auf der Höhe von Bugingen und Hügelheim soll sich die Neubaustrecke dann der Rheintalbahn wieder annähern und sich in Müllheim in diese mit einfädeln. Somit soll die Strecke auf Höhe von Müllheim insgesamt viergleisig ausgebaut werden. Im Anschluss beginnt dann die Trasse des bereits erwähnten Katzenbergtunnels. Zu guter Letzt fehlt dann noch der abschließende Bau der Viergleisigkeit zwischen Eimeldingen über Weil am Rhein bis nach Basel-Badischer Bahnhof. Der Abschnitt zwischen Kensingen und Müllheim soll dabei, wie bereits erwähnt, schon deutlich früher als der zuvor hergehende Abschnitt zwischen Offenburg und Kensingen in Betrieb gehen. Aktuell wird dabei mit einer Inbetriebnahme zwischen 2031 und 2035 gerechnet. Der parallele Ausbau der Rheintalbahn auf eine Höchstgeschwindigkeit von 250 kmh wird sich dabei noch deutlich länger hinziehen als der Bau der Neubaustrecken. Vollständig abgeschlossen werden soll das Projekt dann voraussichtlich im Jahr 2041 mit dem Abschluss der Ausbaumaßnahmen entlang der Rheintalbahn. Dies wäre dann insgesamt 26 Jahre nach der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels, dass die Anschlussstrecke durch Deutschland fertiggestellt wird. Selbiger Zeitvorzug könnte auch der Anschlussstrecke an den Brennerbasistunnel in Österreich drohen. Dort wurden vor wenigen Tagen auch die Unterlagen der Anschlussstrecke durch das Inntal vorgelegt. Dort bleibt allerdings zu hoffen, dass mit einer beschleunigten Planung und einem guten Bürgerdialog sich der Zeitvorzug in Grenzen hält. Für die Rheintalbahn ist der erste Hoffnungsschimmer die Fertigstellung des Raststadter Tunnels im Jahre 2026, womit das zweigleisige Nadelöhr auf der Höhe von Raststadt überwunden werden kann. Ob die geplanten Projekte auch im zeitlichen Rahmen bleiben, ist in Deutschland natürlich nicht vorhersehbar. Und damit sind wir aber auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz richtig herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann wie gewohnt zu einem erneuten Video in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüss. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüss.